So, das ist ein selbst gedrehtes Video, weil sich die Videomacher-Sachbearbeiterin hinter mir befindet. Sie hat das Auto verlassen und will lieber Fotos machen. Also mache ich dieses Video selbst. Ja, okay, ist nicht unbedingt die dollste Art oder was soll's. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo halten kann. Okay, wow, riesengroßer Parkplatz. Moment, ich weg mal. Cool, Leute. Ende Video.